Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play League of Legends mit mir Esedari, ich habe Razamoon dabei, ich habe Herr Blaze dabei. Warte mal kurz, dann starte ich meine Aufnahme jetzt auch mal, weil ihr jetzt noch fertig seid. So, jetzt darfst du nochmal. Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play League of Legends mit mir Esedari, ich habe dabei den Razamoon LP. Einen wunderschönen guten Morgen. Den Herr Blaze. Woosa. Den Just Cool LP. Hallöchen. Den Droglwächer 95 aka Sylia LP. Dreh dich nicht um, ich steh hinter dir. Wie spielen die Champions? Gragas, Kale, Sheko, Shen, Winn. Gegen das Verlierer Team Blitzcrank, Malzahar, Nami, Lisen und Temo. Imo. Omed. 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 Nein, 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 nein. Ach verdammt, ich habe meine Kuh nicht geskillt. Du hast die Kuh nicht geskillt, das heißt sie kann jetzt nicht mehr Mut machen? Nein, das nicht, aber so kann ich durchsichtig werden und nicht auf Botlink ganken. Durchsichtig? Ja, unsichtbar ist für alles gleiche. Ach, Darien. Mach Schaden an Timo. Nicht an den Supporter, Mensch. Warte, Flash ist raus bei ihm. Ich finde es schön, der Blitzcrank kann nicht farmen. Geh nicht so lange an den Timo ran. Ich komm, Toplink. Ah ne, der ist weg, okay. Naja, der spielt so defensiv, der meint hier, er kann mich jedes Mal in den Tower ziehen. Der spielt auch defensiv. Ja, dann gehe ich aufs Berg. Also oben ist alles gut. Ja, ja. Unten ist ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Ja, komm dann mal Botlin, ich kann ja durchsichtig sein. Ja, unsichtbar machen. Invisible. Diese Fische. Fischi, 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 Fischi. Klop, klop. Auch Blitzi. Ist Timo schon Level 6? Ne, gut. Was machst du da? Alles ist gut. Muss ich dich retten hier? Ich bin da. Achtung, ich gehe gleich auf Timo. Na, ok. Geh, komm, komm, komm. Hallo Lee. Alles gut. Sicherheit. Wo es klingt, ich exist, alles ist gut. Aber wie viel Damage ich mache? Weil ich ADG, nicht AP. I jungle. So, danke für den Push. Das heißt, ich kann wieder weiter formen. Alles ist super, alles ist frisch. Alles ist gut. Weiter hab ich. Okay. Ich komm mal zurück. Toplane. Ja, ich brauche ihn ein bisschen länger. Was halt. Ähm. Ja, Marco. Ist Toplane geworden? Ne, oder? Keine Ahnung, ob Leader geworden hat. Ja, egal. Ich mach einfach meine Crew fertig. So. Ich bin Level 6. Der macht dich fertig, der macht dich fertig. Geh weg von ihm. Macht er mich nicht. Okay, wenn er erst Level 6 hat er übrigens gerade gesagt, der Blaze, ne? Schade, schade, schade. Ja, also der hat mich nicht verstanden, weil ich da eine Puppe hingestellt habe. Ich wollte es erstmal dem Push hier, dass wir wissen, wo das Supporter ist. Ach ne, ich muss noch kurz. Da ist der Supporter. Hab ich mir schon gedacht. Esser, kannst du mir helfen beim Blue ein bisschen, weil ich keine Mana habe. Aber ich kann mal ein Dings setzen. Und ich mach kurz Dings Malt drauf, warte. Warte es geworden. Okay, gut. Äh, pass auf meine Puppe. Gut. Hast du ihn ready? Ja. Warte mal, kann ich noch die... Er muss mich an der Nase kratzen, aber das ist dicker... Ich ignoriere es. Waschen hilft! Ich habe vor 2 Stunden geduscht. Uuuhhhhhh. Gamer waschen sich nicht. Und wieso duschst du bitte um 21 Uhr? Okay, sagen wir vor 3 Stunden. Du schon morgens? Ich wollte noch auf eine Party, dann gehe ich hin. Es ist schon voll, du kannst nicht mehr rein, tut mir leid. Voll nicht eigentlich, nur nicht. Das geht sogar, zack zack. Okay. Nein! Ah, was glaubst du mit den Kills? Scheiße. Wollte noch auf den Timo drauf, dann porte ich mich zum Wort. Können wir machen. Ich kann drauf. Ich auch. Leul, ich wollte auch gerade... Ich habe mich geblendet, ist alles gut. Perfekt. Ich hebe mich weg und kratze mich jetzt an der Nadel. Habe ich mir das gerade eingebildet? Du hast gerade wirklich hier wer reingetrollen. Ja doch. Mein Soundpack ist so episch. Nice kill zwar das. Oh yeah baby. Ich habe aber gesagt, wir gehen zu 0. Leul 50-0 hast du gesagt? Ja hab ich. Okay. Hallo Esadari. Hallo. 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 Was wollte ich jetzt holen als nächstes? Ach ja. Warte. 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 Ich muss Warte. Ich muss das machen. Der stolze Schwab. Bin ich stolz drauf. Ich habe mal diese Fische ey. Hey. Hey. Jetzt rieb ich. Kann ich mir grad nicht leisten. Nur weil ich Schwabe bin. Blitzcrank ist miss. Weil sie hat zu. Ähm ich komme mit dir. Ah da ist nicht. Krass. Da ist auch ein Wort. Warte die. Okay. Jo. Also. Temo hat. Seine Pilze. Oh. Welcher Flasht hat er. Lol. Ja und. Flasht. War so lucky von ihm. In dem vorderen Busch stehen schon Pilze. Und in dem hinteren jetzt auch. Hm. Pilze. Die hatte ich heute auch zum Mittag. Auch. Ich hatte heute zum Mittag. Äh. Bratkopf mit Spiegelei. Gehen wir auf den Timo. Hm. Machen. Okay warte. Warte. Lass mich noch ein bisschen pushen. Jetzt. Nein keine Kuh. Sonst stehe ich nur wieder. Gut. Na egal. Ja dann geh ich kurz back. Und hol mir kurz Schuhe. Ja dann setze ich da mal kein Wort rein. Das haben wir die grad nicht. Boah. Die dumm. Will die mich provozieren? Ja. Ich will nicht penetrieren und vergewaltigen. Was? Oh der Tunnelblick. Der sagt immer wieder hallo. Der Tunnelblick. Da war ne Welle. Da war ne Welle. Was? Das ist die Prospekt der Fall. Nein nein. Hilfe. Komm her. Heil mich. Gib Ulti. Ulti. Warum ist das nicht? In dem Moment wo ich draufgelegt habe war schon tot. Üb das. Was? Na ja. Für das erste Mal Jungler. Richtiges Jungler. Eigentlich okay. Und wir wollten zu Null gewinnen. Jetzt habe ich wegen dir. Ah. Jetzt habe ich mir so ein bisschen selbst versprochen. Jetzt müssen wir 100 zu 1 gewinnen. Brother warum feedest du so? Ich habe die Hälfte unserer aller Kittels. Und was habt ihr? Und du hast die ganzen Deaths unser Team. Ja. Ja. Geil ne? Ich könnte sagen, ich bin unser Team. Okay. Haben die Lanes getauscht? Kann das sein? Ja. Timo ist top. Dann tauschen wir auch. Komm getauscht. Direkt instant tausch. Warum? Warum nicht? Timo kriegt von mir auf die Fresse. Fertig. Unten sind zwei. Okay. Kommst du mit Schakum? Ja. Warte. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Naja. Dich ist wieder hoch gegangen. Kannst du oben hingehen in die Mitte oder sowas. Lami ist allein hier unten oder was? Ja. Allein, allein. Fiber alone. Allein, allein. Allein, allein. Allein, allein. Wir sind allein. Sie ist allein. Allein, allein. Und auch kein Schwein. Mein Tower. Ein Fischschwein. Hätte ich keine Mahnung. Der hat sich viele Hörer dije den leer. Stehe ich da rum? Ah, sie ist doch nicht alleine. Was denn da? Ha fe 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 fe. Die hätte sich versteckt, hast du das gesehen? Die ist Sau ey. Das finde ich jetzt nicht nett, dass Timo oben ist. Ich hab ja das gesagt, wir tausch direkt auch wieder. Der Apfelbild ist hier. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Gut. Der Alter macht schon den... ...gut. Geile Musik. Och, Timolein. Aber wenn der grad hier ist... Musstest du das machen? Ja. Mein Gott. Ich bin ja nur der Jungler. Ist das eigentlich sein Grab, was das grad war? Oder... Willst du sehen, wo Nomi war? Ja. Ähm, in der Mitte ist auch oben. Äh, ist, ey. Shaco ist doch hinter dir. Oh, das sind drei! Der Busch ist gewartet. Verdammt, hat die Pilze grad voll verdreht. Wo willst du hin, Kragas? Och, das ist doch scheiße. Äh, so, ja. Nein, ich hab doch... Äh, Top Tower, bitte. Eben. Ja, ich kann auch nicht gegen zwei Leute treffen. Ich hab vor zwei Minuten gesagt, es sind drei Stück oben. Deswegen bin ich hochgekommen. Mann, spielt doch mal ein bisschen zusammen. Muss ich erst den Rage-Modus anschalten. Rage-Modus an. Mach mit dir, Kyle, mach mit dir. Kyle, mit dir. Was? Komm, mach mit dir! Du! Hey, du! Geh da unten! Mach mit dir hier oben schon! Du hast mal eine Teemo hier oben schon. was stechen und meiner recht meine linke augenbrau mein rechtes auge jucken gleichzeitig dann wird höchste zeit zum waschen gott ist der schlecht wird nicht wechseln es wieder als team ok aber wo kommt jetzt die andere affe her ja timo wäre so gut wie tuk gewesen wenn der andere nicht vorweigejumpt kommen gewehre naja ärgerlich kann ich immer hoch und auch cargas hoch und den kind abholen ich geh mal bort und das war schön ich komme runter blaze warte dann wisch mal schneller hier komm rauf wieso ist mein top-tower down weil ich mich schnell genug bin ich habe gedacht ich helfe kurz schön aber das werde ich jetzt instant water nicht mehr wieso ist mein top-tower down weil ich mich schnell genug bin ich habe gebrauchen wie blitze ich ja schneller als grager wollte ramos hecarim willst du mehr ja ist ja gut aber keiner von denen die hier sind kyle shen shako ist ok ist ok stell mal deine life jungen stell mal deine life das ist auch blitz gegen green das zuerst auf jeden Fall das andere fack ich dann ja ok bis ihr kriegt wieso nice vaylor die geister zeig euch den Weg der zieht gut aus ich bin tot auf blaze auf blaze geht raus das sind zu viele die ulti war eigentlich auch dazu der blaze den Arsch zu sein ja blaze kommt schon noch raus das geht alles das der team muss gestorben oder jo muss mal rennt doch noch mal rein ja gut wir brauchen nicht hier unten ich pushe mit ja ich ich jungle ich jungle doch mal und zweiten zeige mit dir ja schon gepusht schon 50 850 habe ich nicht verdammt dann ja mach gibt zuerst das ist egal ich weiß gar wie das an profi ich glaube ich doch ein bisschen chaco ist ja da hallo und chen auch und pfff wcf ich stehe jetzt dann verrecken ja der Timo pusht schon wieder diese kleine ratte malzauer kommt hoch ich habe gerade gedacht was war das für akkordium musste ich in meinem Lied und dann habe ich gesehen oh Kragas geht weg es gibt nichts über eine gute Polka in LOL malzauer 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 ja herzlich inger oh nicht so viel damage mach mir die Hose also überhaupt nicht wir haben ja auch das war sarkasmus oh hallo Blitzi na du kleiner Schatz das war schon mal Tower Drive oder? der war richtig geil jetzt der war echt nice Leute tower tower mein tower Ich geh mal sammeln. Wenn hier noch was ist. Nö, natürlich nicht. Alter, ich hab gerade irgendwie Kühe verstanden. So, weggehen. Das kriegen wir eh nicht weiter gepusht. Oh, ich muss ich shoppen. Muss ich auch gleich. Ich mach eben noch mit. Ja, Polka. Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Trogel. Ich hab mich gerade so hochgebracht als Polka auffreut, dass ich gar nicht aufgepasst. Was ist denn Leichtigkeits-Flüchtigkeits-Scheiß-Fehler? Wollt du das, Skier? Ja. Er beobachtet sich. Ich bin unsichtbar. Hier kriegst du eine Puppe. Die möchte er anscheinend nicht haben. Mach mich schneller, Kale. Heil mich. Heil mich. Heil mich, Heil mich. Ich mach mal einen Tower, ich brauch Geld. Heil mich, mein Sch... Weißt du, Ruther streit immer nach Tower. Das, das muss ich jetzt auch mal einreffen. Aber er macht nicht selber einen. Ja. Weißt du, er hat gesagt, ich mach Bot-Lane. Äh, Top-Lane. Ja, und was ist, Tower verloren, ne? Ich hab Mittel- und, äh, Bot-Tower eingerissen, ja. Wollte ich eigentlich. Mittel-Tower hab ich eingerissen. Pssst. Nix pssst. In diesem Spiel gibt es kein... In diesem Spiel gibt es nur wir. Ich hab so das Bedenken, dass die alle hochkommen. Ich glaub auch, das sah so aus gerade. Timo lockt euch und dann... Ich geh nur, Warden, mir ist der Rest egal. Also fast alles. Nein, äh, egal. Oh, es kommen echt alle hoch. Oh ja. Klar, wieder mal absolute Kacke. Alle 5 da oben oder nur 4? Genau. Holle. Oder 4. Also im Moment seh ich 4. Essel gehst du auch hoch, dann? Warte. 1, 2, 3, 4, 4, 5, lalalalalalalala. Ja, stimmt, passiert da nix. Du hast recht. Barron, ich glaube, nein. Näh. Aber den könnte ich mal fahrraden. Bleib da, bleib da. Da unten doch sicherlich wieder die anderen drin. Warte. Das war ein... LOL, der wollte graben. Pass auf, da sind sie drinnen hier. Wow. Ne, doch nicht. Du bist so ein netter Mensch, Lieschen. Wieso spielst du mir den Blumen? Wenn wir nicht servis überhaupt nicht... Alter. Hier. Puppe, nein, ich sterbe. Oh, danke. Aber ich geh trotzdem weg, ne? Nein, Timo. Nein. Jetzt gibt's aber Ärger hier. Niemand flasht sich einfach so weg. Mit das Malzaham. Oh, Timo push. Der hat den falschen geflasht. Ich geh Timo aufhalten. Der Tower hat erstmal den... Oh, nein, 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 nein. Nicht mich, nicht mich, nicht mich. Zwei, ein... Komm. Esse. Ja. Warum machst du den Tower nicht mit mir? Ähm, weil ich... ... meine schöne Backport-Animation... ...möste den Backport... Wenn jetzt ein Timo-Pilz kommt, würde ich... Ich sag ja, die legt jeden ab. Ich sag's ja. Wenn jetzt ein Timo-Pilz kommt, würde ich... ...wurde so schreien... ... mit einer Fertil... Pass auf, die kommen gleich zu dir, ne? Sollen sie doch. Ja. Sollen sie doch, ist mir doch egal. Ich bin Mba. Ich bin Bayo. Biff hat mich episch gerettet. Ich sag's, die kommen alle bei dir. Ich hab dich episch gerettet. Als Darko. Nee, Shen hat mich episch gerettet. Ja, aber immer noch bin ich reingejumpt mit Double-Gamber... Ich hab eigentlich mal Scho gemacht. ...um Ende weh. Ich hab mich erstmal erschrocken, aber dann hab ich zwei Kills gemacht. Ich muss eigentlich nicht mehr Barfuß rumlaufen. Jetzt steh ich 5-1. Wayne sagt grad richtig, wir packen das. Wer sagt was? Wayne hat grad... Ja, mein Quinn hat grad gesagt, wir packen das. Nicht Wayne Quinn, so. Mein Quinn. Heißt nicht meine Quinn, die ist doch weiblich. Bot-Tower. Wow, ohrkratz. Gammelt doch nicht alle im Jungle rum. Ich war wahren. Timo, hör auf mit dem Scheiß. Pilze! Boah, du musst das nicht machen, wenn du esse. Ja. Boah, ey, so schlecht. Ah, diese Pilze, nein. Ich hab zwar keine Ulti. Klar. Ich spinne da rein, um eine E zu machen und der Extinklimmer noch. Ja, klar. Ähm, jetzt kommt der noch, wenn ich jetzt sterbe, ey. Ulti hast wieder in einer halben Minute. Ja, ja, alles gut. Dann Lust, ey. Die Schwarz hab ich noch, ach, keinen, okay. Hm, ne, ist er. Nein. Wie dumm das war. Guck mal, wie blöd er ist. Dacht eigentlich, die Geister kommen dann, wenn ich in der Base bin. Und dann krieg ich halt die 13-deutig. Ich will jetzt den Tower haben. Ich weiß, egal, was da kommt. Und wer das eine Nami ist. Oh, gut, danke, dass ihr den Turbis erstört habt. Oh, du hast meine Geister gemacht. Die gucken wir alle fünf zusammen jetzt noch, ne? Ich hab durchgehend deine Geister gefahren. Also hinter uns war das Malzahar und Nami und Oros, nicht alle. Ja. Oh, warum? Ich will mal back in Wurzeln, aber jetzt ist ich grad ein so Dings-Ticket-Situation. Ne, ich geb. Wir packen das. Ich lasse euch jetzt alle alleine. Ähm, zuerst bessere Schul... Nein, doch. Nein, doch, nein, doch. So. Mich dein dort mal nicht interessiert. Nicht im geringsten. Blaze, 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 Blaze. Wir playst bei einem guten Game gleich wieder vor. Was, wie, wo, wer? Kann ich die Game Blue haben? Nein, brauche ich es. Ja, ja, sag. Ist ja klar, den Carry. Ja. Ablängszeit und so. Hm, genau. Nein, ich bin schlecht. Fade me. Ich sterbe an Alkoholvergiftung. Autschen. Nein. Geh drauf, ich hab sie alle vier gestunnt. Also quasi gespottet. Ich muss grad sagen, ey. Da geh ich auf drei Leute und drei Assis gekriegt. Geil, ey. Also 50-0 wird, glaub ich, doch nix. Ne, wir sollten mal endlich alle zu fünft rumlaufen, wie die. Ja, stopp mich, Mann. Und wer ist der Feeder? Natürlich Quinn. Wenn ihr eure Dicke nicht beschützt, was kann ich dazu? In neun Sekunden wär ich am Tower. Na, wer hat dir gerade wieder mal den Arsch gerettet? Du hast gar keinen Schaden an mir gemacht, als du das gemacht hast. Ach so, war nicht mein Schild, das du bekommst, ne? Der hat mich nicht angegriffen in der Zeit. Ich hab, dein Schild hat mich, äh, ne? Also, ist egal. Alex, soll ich dich mal töten? Mich kannst du töten, was? Warum kämpft ihr denn da vorne? Darum. Weil ich tank bin und das geht. Ach so. Du hast aber den Tower gemacht. Du überleben tust. Ach, erzähl mal. Kein Mana, warum? So, jetzt muss ich aber weg. Jetzt muss ich aber weg. Haben wir den getötet, während er den Ring anhatte? Oh, 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 hier, 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 hier. Pilz, Pilz, hilf ich. Alex, ich hab, ich hab Gold. Ach so. Armer Alex. Ja, ich hab was. Ich hab jetzt 3000 Gold. Dann kommen wir mal eben in den Topf um. Ich hab 1000 Gold. Er weint wie ein Baby. Ich hab vier Wards. Warum war ich nicht? Peinigt mich fürs nichtworten. steinig den steinig den heil ich hab mein mitschen erklären müssen das heide bedeutet unwissendes pack kommen alle vom land wie ich ich würde so lachen ich will glaube ich wirklich einfach nur dreckig lachen auch nichts los hier im jaz cool okay passt der hat doch noch den bären oh mein gott zu holen habe da haben wir da hohen strom und strom wer bürger was nein die haben ein blut und mein dami dankeschön ich wollte es genau das ist ja cool aber wobei wenn ich nicht mal kurz worden mal wieder auf sterb ich nicht auf den weg der im lakke als ich bin gerade ich bin gerade von drei ultis weggejumped der malzauer ulti gehabt nami ulti verdammt ey Alex was sie tun ach ich wollte den tower pushen was war das vorher nochmal mit fäden fäden tue ich wenn ich mehr kills mehr deaths habe als kills ja das ist echt so weil er hat uns neun kills geschenkt aber nur fünf kills den anderen das heißt wir haben vier plus also also denk nach denk nach denk nach wer fehlt ist kyle mit 1,2 ich hab gewusst dass es kommt aber ich bin schon tot du elendiger ich komme ich hab's so gewusst ich blöcke dich gleich ich blöcke dich gleich überall zumindest halte ich jetzt schon ein bisschen was aus ein bisschen oh mein gott aber ich nicht weißt du das was solltet ihr denn hier was solltet ihr niemand was du bleibst mal schön da und stirbst mal ne runde ach komm haupt doch noch mehr auf mich ein ich hoffe ihr habt spaß dran solltet ihr glaubt auch noch mein krägert krieg nachher mein krägert mich alex nicht mal als fehler bezeichnen kann hey ich begleite place und mit meinem dummyschen warte ich geh hier kurz rein und ich hab voll gesteckt in farm ich muss mehr farm ich muss mehr farm ja also so ein loopfarm sollst dich sollst dich echt in grund und boden schämen ja mach ich auch gleich ich komme ich komme auch so ja ne ich hab grad nur gedacht dein leben hast du dein wenig leben ja reicht hast du ja unten gerade gesehen gar nicht könnt ihr den mal schon einen tower einreißen ich brauch 200 gold machen wir weiter gib uns zweieinhalb alle elf sekunden du denkst ich mache äh jetzt schlecht fick ich kann welche oh es ist da nicht der war fail ey das war doch mit absicht ach so ja 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 war es er wollte trollen ey ich benutze immer meinen sohn jetzt zum trollen tatatata sagt man dann oh das ist so der prügelbube kommt gleich der prügelknabe ich sterbe guck mal der im dead damage oh haha hallooo und er hatte wieder full life zumindest fast warte gleich eine full life gleich eine full life schweiß mal was was erlaubt er plötzlich eigentlich was will der timo von mir ein das ist ja lächerlich der will mir die knoadeln achso warte knoadelnix nichts machen nicht machen nicht machen da kommt einer da kommt einer lol 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 das war richtig scheiße dass der genau in dem moment er rüber geflogen ist als aber warum wurde ich die kürze der am wenigsten gemacht hat nicht so provoziert ja das problem ist du es geklöpft die auf dich in niemandem bin ich aber auch wieder drin ich wollte mir geben damit ich war der weg geben kann dass er wegkommt und ich wurde gekrebt und war tot ich war gescheitert und nicht ganz geil wo ich durch die wand gekrebt bin und instern wieder raus geflasht hab ich könnte auch sagen mein schöner top-tower ach wer hieß esse rennen aber rennen ja zwei schlusser geworden m mitte 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 jetzt schon langsam müde ich glaube wir müssen echte nach bevor ich noch hier einschlafen nein ich habe in der Nähe geblieben mehr ein bisschen das für zwei Monate vorerst nachher machen wir noch ein wo er das war schade von mir das war richtig gut aus adi scharko ist der op adi scharko hoch ich komme schon jetzt hätte den liebsten martin kommt schon durch die wand und 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 die sind fünf zu fünf der überwärtschen diese werden nicht so nervig aber nur die perfekte fälle das ist die perfekte wenn er in der 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 in die als dort du machst den drücken wir machen den thema nur klar wenn der dritte schon zu low ist dann muss ich ihn mitnehmen hallo hallo blizzi apropos low machen wir mal baron im next so hast kein wort ich doch warum ich sehe aber ich greife jetzt an und ich sehe nichts und du bleibst nicht bei mir komischerweise ja du 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 aber bleib bei mir beides gleichzeitig ich ja du musst ja genau lass mal blue holen ich bin keine frau ich bin nicht multitaskingfähig naja was man dann früher als kind war ich multitaskingfähig aber jetzt nicht also warst du als kind eine frau nein nein der war gut stefan alter ich wusste es nein nein ok ich erklärte es anders ich habe adhs deswegen konnte ich früher multitasking aber es hat mittlerweile abgenommen ach so jetzt will er noch mitleid sammeln möchtest du jetzt noch mehr aus deiner vergangenheit erzählen ja möchtest du mitleid sammeln ja damals bin ich hier vorne ich bin professor ich bin der schüler ich bin der schüler also nicht grünen ich wäre ich lass mich jetzt werden ich lass mich jetzt auch werden er gehört jetzt zwar auf einmal der schimmer nicht dahingehend nicht kommen lassen da ist einer oh die sind hier neben uns geil ihr wollt mit uns liebe machen Sport 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 war spannend Sport Sport aber ich habe keine Energie ok ok ich habe verstanden 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 hat verstanden Rondon Tower ich denke was machst du da mit ihm machst du das mit mir ich geh dich mal ich bin in die Base reingerannt dann ist mir Nami gefolgt na komm her Team komm her komm her spielen spiel ja ohne die Nami oh komm hier her der will doch nicht spielen ich hab 4000 Gold ich hab 4000 Gold scheiße kauf was man mach ich ja jetzt auch oh ja oh ja die Ulti ja und da rennt noch in den Tower rein mit so einem Held ja mit so einem Held mhmhm tatatata ist egal der Indie ist da auch nein ähm ein Item ich noch brauche halt zuerst das ein Item ich noch brauche oi das war Absicht Yoda für Anfänger Yoda für Anfänger Yoda ist für Anfänger jetzt neu bei Rothermoon RP und bei CD RP oh ja oh ja ich spiel den Fisch ich spiel den Fisch ich wollte schon nix was anderes machen Blaze mein ganzer Zeitplan ist im Arsch was wolltest du noch machen frag mal meinen Zeitplan ich wollte eigentlich was wollte ich noch machen Zeitungen legen ich wollte ins Bett gehen place hast du Ulti nein zwei Minuten ok aber ich hätte teleport oh ja ich spiel den Fisch durch den Fisch ah teleport ist ich komm mit Ulti angeflogen retarded ich muss sie hier reinholen ich komme ich komme oh Damage ey das ist Damage heisacht hast du den Damage gesehen ey welchen Damage welchen Damage den von mir wow danke mhm Pizze also wenn man Kalef Support spielt braucht die Wutklinge ne Weile mhm Pizze mhm Pizze blazy hör mal auf ich steh neben dir mhm Pizze wow ich soll zu mich aufhören so gib mir was davon ab oder nimm weniger mhm Pizze oh 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 ich tu so als wäre ich nicht hier 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 nimm me pull mhm Pizze mhm Pizze top lane oh velen Form hole ich mir den Form hol Puzz ma sonst verlieren wir das noch Puzz mhh Schocken machen es zu zwei Pern, hab ich gehört. Oh, der Team hat positive Starts, was hat er mit denen gemacht? Wahrscheinlich war ich's. Hm. Raza ist schuld. Raza ist schuld. Ich geh sterben. Guck mal, ich kann... Du kannst ja nicht wegkommen, es funktioniert nicht. Warte. Alex. Ja. Verkauf dein Static Schiff und kauf dir... Was ist dein Static Schiff? Sagt mir nen deutschen Namen. Äh. Stativ. S-T-A-V-V-I. Irgendwie so. Dein letztes Item. Verkauf das und kauf dir Blade. Nee, das wollte ich mir nicht so zu lange. Blade, äh, Klinge des gestürzten Königs. Wo gibst du die, oder was? Klinge des gestürzten Blazes. Unter Attack Speed. Soll ich das unterbrechen? Noch mehr Attack Speed, du bist verrückt. Der Text Schiff ist auch nur Attack Speed. Ja, hast du recht. Angriffskampo. Klinge des was? Gestürzten Königs. Die sieht n' wie aus. Gut. Ein Blitzi hier, ein Blitzi da. Es gibt ne Such-Funktion als das weißt du. Ah, die kann ich mir nicht leisten für Geld hab ich gar nicht. Da fehlen nur noch 1000 Euro's Gold. Äh, machen die Dragon? Äh, Dragon und Baron? Nein. Wenn, dann Baron und Baron machen sie wahrscheinlich. Warte, ich kann dann Watten platzieren, weil ich hab mein Rigless Saterne. Die machen Dragon Van. Ähm. Oh, Hallöchen. Hallöchen. Ihr seid da nur zu viert, ne? Ne, zu dritt, ihr seid nur zu dritt. Ne, sonst euch nur. Nö, weil ich zähl für drei. Achso. Und dann ist er zu sechst. Wer hier verliert. Stopp. Ich hab wieder mal Warden. Wow, der hat mich sogar noch gecrapt durchsichtig, episch. Hm. Ich war das so gerne. Damach Damach. Damach Damach. Okay, da ist schon ein Ward. Schau mir kurz den Blue. Dann gibt's noch. Ach, den wollte ich mir grad holen, dann hol du den. Nein, den brauche ich. Ups. Ähm, wir sollten jetzt dann mal alle fünf äh, zusammenspielen, ne? Ja, aber ich brauch kurz. Denn nicht, dass die jetzt dann das Game gleich wieder drehen und wir dann danach wieder lange Gesichter haben. Hm, Pilze. Hm, Pilze. Hm, Pilze. Ich hol mich mal. Also ich würd da jetzt gerne reingehen, ne? Ich auch. Komm, wir gehen rein. Keine Lust dazu. Auf den Timo! Hier auf mich gehen, uns denn, ne? Ah, ne Welle. Ah, ich bin tot. Hm. Boah, ich hab die Malzerra gar nicht gesehen. Tower. Äh, den Inhibi. Hör auf jetzt! Mein Shield. Mein Shield. Achso, ich bin ja... Achso, ich bin ja... Aber du ist jetzt weiter im Hang. Warum? Er hat dich gerettet und du gehst nochmal sterben. Nix gibt's. Oh, damn. Alter, Blaze, du bist tot. Nix gibt's. Alter. Nein! Nein! No, Double Kill! Nein! Ernsthaft? Fuck! Ich hab gedacht... Ich hab gedacht... Natürlich ist... Nein, der ist tot. Der hat Raza erst einmal 80% des Lives weggeballert. Ja, aber ich bin die ganze Zeit auf ihn raufgegangen, aber... Dafür hat er aber volles Life gehabt. Wo war ich denn mal wieder? Ja, aber jetzt ist er tot. Ich hab ihn getötet. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Wenn ich alleine auf einen Arten-Carry gehe, das wird ein bisschen schwer. Ja, warum? Der war gespottet von mir. Ja. Ich hab nochmal vier Leute gespottet und ihr geht auf Blitzy oder sonst wen. Ja. Der Wahnsinn. Ich hab... Wahnsinn. Ich hab mich in die Hände... Helle, helle, helle. Okay, stop it. Hehehe. Wird wahrscheinlich nicht. Heiß, Korn. Heiß, Korn. Heiß, Maul. Was ist so warm ist das hier? Nicht da durchlaufen, nach dem Pilz noch. Doch. Ja, gut. Das geht das Ding, aber mehr nicht. Alter, die Pilze machen im Mitteln, weil das schon... So viel Schaladen. Schaladen? Ich hätte jetzt auch gerne einen Salat. Jasko, lass mich doch endlich mal mich da wieder aufwregen. Du killst dich immer nicht. Ich fühl mich auch aufwregen, du. Ach, du brauchst das nicht. Kannst dich unsicher machen. Ich fühl mich ja aufwregen langer. 2 Schuss und nicht so voll. So, jetzt erstmal den Ibidur down machen, dann gleich Top Tower. Den Ibidur. Ibidur, ja. Den Ibidur. 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 Bist du da gemacht jetzt? Oh ey, geht doch alle weg und lass uns den Ibidur machen. Ey, geht doch. Ich sterb bestimmt gleich wieder, weil ich schlecht bin. Hör dir mal mit dir einen goldenen Ding an ey, das nährst mich ja total. Gold ist die Farbe der Hoffnung. Nein, das ist grün, aber egal. Ich weiß, lass mich in Ruhe, ich bin tot. Nein, wenn ich nicht, halalalala, ich bin doch tot, drecks Teemo-Gift. Penta, ich will Penta, ich will Penta, bitte Penta! Komm! Lass mich, ich mach keinen Schaden, mach keinen Schaden! Ich mach keinen Schaden. Jawoll! Geil! Gut Job, und das noch in der Aufnahme. Ah, endlich kann man ein Video hochladen, endlich! Und von wem kam wieder der Schutz, ne? Ja, der war geil, der war geil! Alex, 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 der hättest dich ganz, der dich ultimo. Der hat mich ganz richtig begeistert. Ah, schön! Glückwunsch! Jawoll! Ja, geh, ja, komm! Ich geh zum Hochladen! Cookies! Tschüss! 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 Tschüss!